Herzlich willkommen zur Talk24 am 1. Oktober. Der Europäische Gerichtshof hat heute zu den Werbeaktionen von Shop Apotheke in Frankreich entschieden. Demnach darf die Versandapotheke mit Google-Anzeigen werben, solange die Mitgliedstaaten keinen Nachweis erbringen, dass dies den Konsum von Arzneimitteln negativ beeinflusst. Zulässig sein könnten aber Vorschriften, die Rabatte auf OTC-Medikamente oder Massenmailings verbieten. Hier räumen die EuGH-Richter den Mitgliedstaaten Freiräume ein. Die Tests mit Impfstoffkandidaten gegen das Coronavirus laufen auf Hochtouren. Sobald ein Impfstoff vorliegt, geht es auch um eine möglichst effiziente Verteilung. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn glaubt, Impfungen müssten in wenigen großen Zentren starten, beispielsweise in Messehallen. In Deutschland könnten Beschäftigte des Gesundheitswesens, Ältere und Kranke ab dem Winter als erste zentral geimpft werden. Laut einer Aposkop-Umfrage würde sich aber nur die Hälfte der Befragten Apotheker und PTA impfen lassen. AVP-Kunden haben noch einmal Post von ihrem ehemaligen Rechenzentrum erhalten. Den Apotheken wurde jetzt die Abrechnungsunterlagen für den Monat August zugestellt. Damit können die Inhaber zumindest ihre Außenstände belegen und die Dokumente für ihre Steuererklärung nutzen. Auf das laufende Insolvenzverfahren hat das aber zunächst keinen Einfluss. Von der AVP Insolvenz betroffene Apotheker haben sich heute im Live-Chat bei Apotheker ad hoc ausgetauscht. Was bedeutet die Pleite des Rechenzentrums für sie persönlich und was müsste passieren, um solche Risiken von den Apotheken fernzuhalten? Im Gespräch wurde auch erneut die Forderung nach einem staatlichen Rettungsschirm laut. Einige Highlights aus dem Talk finden Sie im Video auf apothekerad hoc.de oder direkt hier in der Infocard. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen wieder. Ad hoc 24 ist das tägliche Video-News-Format von Apotheker ad hoc. Am besten jetzt gleich den Kanal abonnieren und keine News mehr verpassen.